Ja, ade, da wieder Fernsehen auf, was er in do dem Putin, ja, das schauks ja wieder heute, ja, ja, an Domachirten, ja. Wenn's ihr nicht spurt, dann schmeiß mir auch auf die Hirn, dann schmeiß mir die Dom-Pompa dorthin und dorthin, ja. Hast du was schon gesehen, ja, ein Staat, ein Staat, sagt so'n andern, ja, er droht mit der Dom-Bombe, ja, hat er einen großen Vogel, ja, oder ist er schon hier auch, ja, in seiner Birn ist sich ja nix drinnen, ja, mehr. Ja, denn er muss doch wissen, ja, wenn er eine Dom-Bombe schmeißt, doch, ja, schmeißen die Andern auch, ja, ja, dann bleibt gar nix über, ja, dann sind's alle ausgerottet, ja, so ist es und bleibt es, ja. Ja, willst du den Menschen trotten, ja, du, du, Putin, ja, frag ich mich, ach, wirklich, ja, solch eine Spieche macht man nicht, ja, und dann sagt er noch zu, er will das haben, ja, na, so geht das gar nicht, ja, der hat was im Kopf, ach, ja. Ja, der Putin ist ja, ja, am Kopf gefallen, ja, solch eine Sachen, ja, die macht man niemals, ja, ja, das ist ein der Oberste von Russland, ja, dann kann man sich fürchten, ja, solch eine Leute, die was agieren, ja, gehören eingesperrt, ach, ja, so ist es, ja. Ja, ja, der Putin, Putin, ja, gehören eingesperrt, ach, ja, denn es ist heut schon klar, solch eine Männer können wir nicht brauchen, ja, eingesperrt, ja, ja, ach, wirklich, und von der Macht entfernt, sofort, ach, ja, von der Macht entfernt, sofort, bevor er noch was einstellen kann, so ist es.